Die beiden jungen Frauen gingen die breite Treppe zur Eingangshalle hinunter, aus der Stimmengemurmel nach oben drang. Vinisha ließ den Blick über die Gäste am Fuß der Treppe schweifen. Sieh mal einer an, es sind tatsächlich alle gekommen. Da gesellte sich Adrienne zu ihnen. Olivia Machery, Sie sind wunderschön. Danke, Adrienne. Das ist meine Freundin Vinisha Burroughs. Als Adrienne Vinishas goldfarbenes Etui-Kleid sah, lächelte sie breit. Ich bewundere Menschen, die gern provozieren, und das wollen sie doch, nespa? Sie küsste Vinisha auf beide Wangen. Viel Spaß heute Abend. Nicht schlecht, murmelte Vinisha auf dem Weg zur Terrasse. Sie hat mich sofort durchschaut. Da legte ein junger Mann in roter Weste die Arme um sie. Teddy, hast du dich tatsächlich aus dem Ritz rausgewagt, um hierher zu kommen? Ich bin überwältigt. Vinisha, meine Liebe, du siehst umwerfend aus. Hallo, Olivia, fügte er hinzu. Und du auch. Danke. Olivia ging ans andere Ende der Terrasse, von wo aus sie einen guten Blick auf den Garten hatte. Miss True Norris, äh, Olivia, hörte sie eine ihr bekannte Stimme fragen, darf ich Ihnen sagen, dass Sie traumhaft schön sind? Hallo, Harry, begrüßte Olivia ihn errötend. Wenn sie selbst sich zu einer Frau entwickelt hatte, war Harry jetzt ein Mann. Haben Sie sich inzwischen in England eingelebt? Sie wirken deutlich glücklicher als bei unserer letzten Begegnung. Ja, ich glaube schon. An Abenden wie diesem würde es jedem schwerfallen, den Reizen des Landes nicht zu erliegen. Wie geht es Ihnen, Harry? Ich kann den ganzen Sommer hierbleiben und habe vor, dieses Geschenk zu nutzen. Wenn Sie mich entschuldigen würden, Olivia, ich muss mich unter die Gäste mischen, denn es scheint einige junge Damen, darunter meine Cousine, zu geben, die Gefahr laufen, als Mauerblümchen zu verkümmern. Harry nickte in Richtung einer molligen jungen Frau, die am anderen Ende der Terrasse allein dastand. Harry schlenderte davon, um Penelope zu retten, doch bevor er sie erreichte, klopfte ihm jemand auf die Schulter. Harry, alter Junge! Sebastian! Harry schüttelte seinem alten Freund die Hand. Lange nicht gesehen. Am 4. Juni in Eton, vor ein paar Jahren, stimmt's? Ja, könnte sein. Sebastian nahm die dicke, runde Brille ab, um sie zu putzen. Wie läuft's? War es in Sandhurst so schlimm, wie du dachtest? Noch schlimmer, scherzte Harry. Zum Glück ist die Zeit vorbei. Jetzt steht der Krieg bevor, und ich freue mich schon darauf, mir das Bein abschießen zu lassen. Vor diesem Schicksal werde ich wenigstens bewahrt, stellte Sebastian fest und setzte die Brille wieder auf. Niemand mit einem Funken Verstand würde mir ein Gewehr in die Hand drücken. Ich sehe ja nicht mal, worauf ich ziele. Dich würde ich nicht in meinem Bataillon wollen, stellte Harry schmunzelnd fest, während er zwei Gläser Champagner von einem Tablett nahm und eines davon Sebastian reichte. Und? Was treibst du so? Ich arbeite im Handelsunternehmen meines Vaters. Bald werde ich nach Bangkok fahren, um dort die Zentrale zu leiten. Harry berührte kurz seine Schulter zum Abschied, weil er sah, dass Penelope immer noch allein herumstand. Ich muss los, alter Junge. Schick mir doch eine Karte, sobald du deine Adresse in Bangkok weißt. Mach ich. Hat mich wirklich gefreut, dich wiederzusehen, Harry. Beim Essen genoss Olivia das Gespräch mit ihren Tischnachbarn, hauptsächlich Leute, die sie aus London kannte. Links von ihr saß Angus, der schottische Laird, der ihr schöne Augen zu machen schien, und zu ihrer rechten Archie, Why Count Manners. In London munkelte man, Archie sei vom anderen Ufer. Olivia mangelte es an Erfahrung, das zu beurteilen.